Die Kampagne war kurz. Es ist mir ein Traus. Da war alles zu schnell. Ach, schon wieder aus. Ich werde es euch berichten, ganz schnell, so wie die Kampagne zu kurz, ihr Leid hält. Am 11. November angefangen, am 1. Januar richtig angegangen, da war es auch schon wieder herum. Ach, ist das dumm. Der 11.11. war schon sehr stressig. Am Morgen Eröffnung vom Rathaus ganz lässig. Am Abend an Feiern im Winzer aus Schank, da wurde die Erd begrüßt und gedankt. Dann bist du nach Hause und es ist uns bekannt, dass kurz danach schon der Weihnachtsbaum stand. Schnell Weihnachten feiern, kaum war das vorbei, da musst du schon ins Vereinsheim erneuern. Zum Neujahrsempfang, der war schneller rum. Ach, das ist kaum zu fassen, da wirst du ganz los. Das ging alles so flott, da kriegst du keine Luft. Vom Vereinsheim ging es schnell in die Halle. Dreimal war das Sitzung, wir mussten uns eilen und mit unserer Deko mit langer Verweiler. Sie war kaum gemacht, da hinknarrer Fall, die Deko schon gleich in der Emmonshalle. Davor waren wir noch in der Rathauskartell gemütlich zusammen, vorbei war es ganz schnell. Da bist du nachts dann rausgefallen, schon hast du beim Altweihbeerball hinter der Tee gestanden. Der Weihbeerball war morgens gerade rum, ein Tag hast du Ruhe, bist zur Ruhe gekommen. Da musstest du schon zum Rathaus hochrasen, um ja auch die Stimmung mit zu verbaffen. Es war schnell vorbei und ohne viel Reser bist du schon nicht unzuredienend gewesen. Paar Stunden Erholung und schon 1, 2, 3 und schon bist du in Bundeslund bei Gunzug dabei. Was dann schon wieder mit den Wellenkrank, mit dem der Vereine, mein Lieberball, bis spät in der Nacht nach Hause gefallen, kommt fast nicht mehr Rettel, nur ein bisschen Lalle. Und schon geht am Montag die Schoß vielleicht schon weiter, die Anergebnochparty macht erst Kineser Heide, dann abends verhalte, was habe ich geschaut, denn am Ende haben wir die Bund noch abgebaut. Vorhin ging es dann weiter am Lutherplatz Ocke, da haben wir die Portemonnaies in den Brunnen gehoben, die Stadt Ocke ging es weiter, die Hesse, um endlich sich hier dann im Keller zu setzen. Hier stehe ich nun, ich armer Kopf und bin voller Trauer in meinem Kopf. Vor Tagen war ich der Schönste hier, ein Mannsbild mit Schnorres, das glaubt mir. Zurück zum Alltagseinerlei, mit dem Schäne-Komitee ist es vorbei. Sagt nur ganz leise jetzt und grüß euch bis zur nächsten Schau. Applaus Vielen Dank.